Hallo ihr Lieben! Willkommen zu meinem neuen Segment Gedanken am Mittwoch. Habe ich mir bisher so überlegt, dass das so heißt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Das, dass ich irgendwie immer wieder so lese, dass das so ausgestattet ist. Was irgendwie gut ist für Menschen und auch für Kinder. Also ich zum Beispiel mache ja die allgemeine Aussage, dass ich glaube, dass Erziehung schlecht ist für Kinder. Trotzdem finde ich das ganz schwierig, mit so einem Blick durch die Welt zu gehen. Und ich bin da echt manchmal so ein bisschen unglücklich mit. Wenn ich dann erlebe, dass dann Leute, naja ich sage jetzt, dass dann Leute, das ist auch nicht richtig. Ich mache das auch. Ich erlebe ja auch Eltern, die ganz anders leben als ich, das für richtig halte, als ich das zumindest momentan für mich und meine Familie entschieden habe. Was weiß ich. Und die das irgendwie ganz anders machen, wo ich so denke, nee, ich glaube, das ist nicht richtig. Und ich, es ist natürlich wichtig, so funktioniert ja unser Gehirn, dass wir unsere Wirklichkeit einteilen in die Dinge, die wir richtig finden und die Dinge, die wir falsch finden. Und das ist ja auch, das ist ja auch wichtig. So funktioniert unser moralischer Kompass, funktioniert unsere Welt. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr wichtig ist, dann immer diesen einen kleinen Extraschritt zu machen und mir klar zu machen, dass ich einfach niemals weiß, ich habe einfach keine Ahnung, wie jemand da hingekommen ist. Weil ich glaube, es gibt so viele Eltern, die versuchen liebevolle Erziehung und das ist wirklich das Beste, was sie machen könnten. Und ich würde mir niemals anpassen, zu sagen, alle müssen Erziehung überwinden wollen. Ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist uns immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, okay, ist das jetzt das, was ich kann, das, was für uns das Beste ist? Und halt die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja, wenn ich, wenn ich das nicht packe, wenn ich irgendwie denke, Schule ist schlecht für Kinder, ich glaube, diese generelle Aussage kann man schon machen. Heißt das aber nicht, dass kein Kind in die Schule gehen sollte, weil es gibt ja tausend Umstände, die dann daraus Schule, die least worst option machen. Also die, na, das heißt ja nicht, dass es, dass es nicht total viele Situationen gibt, Dienstschule eine Superwahl, weil andere Sachen eben auch noch mit reinspielen. Mein persönlicher Weg, meine persönliche Kraft. Und ich glaube, ich glaube, deswegen finde ich das so schwierig, diese generellen Aussagen zu, nicht zu machen, sondern zu erheben als, als Standard, weil sie dann ganz leicht zur Handlungsanweisung verkommt. Und wenn etwas zur Handlungsanweisung verkommt, dann passieren zwei Dinge. Das eine ist, die Idee dahinter wird ausgehöhlt. Die Idee hinter Schule ist schlecht für Kinder ist ja nicht, dass kein Kind zur Schule gehen sollte, sondern dass Schule auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, das Lernen, dass wir heute über das Lernen wissen, dass es anders funktioniert. Dann kommen da Ideen über die Industrialisierung, über Kapitalismus, die Funktion von Kapitalismus. Schule ist ja auch zum Beispiel eine Kinderbetreuungseinrichtung, vor allem, damit Eltern irgendwie arbeiten gehen können. Also da hängt ja ganz viel dran. Wenn ich das aber flach mache, dann habe ich keine Chance mehr, das inhaltlich zu diskutieren. Also ich zerstöre die Idee dahinter. Und das zweite, was passiert ist, wenn ich das zur Handlungsanweisung verkommen lasse, dann habe ich ganz viele Eltern, die schicken dann ihr Kind nicht in die Schule oder denken über sich, sie dürfen ihr Kind nicht zur Schule schicken und machen sich total fertig, weil sie es dann doch zur Schule schicken oder keine Ahnung. Oder sie schicken es nicht hin und kommen darauf überhaupt nicht klar. Ja, auch das gibt es. Ja, und leiden und haben aber etwas, eine Idee zur Handlungsanweisung erhoben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich hinter dieser Idee von, ja, so muss Familienleben aussehen. Eltern müssen arbeiten versus Eltern dürfen auf keinen Fall arbeiten versus, keine Ahnung, diese ganzen Kita-Mütter-gegen-Kita-Freimütter-Krams oder Väter müssen sich mehr engagieren oder Väter dürfen sich nicht mehr engagieren. Das ist einfach der Tod des individuellen Wählens. Ich kann ja feststellen, ich kann ja sagen, hm, ich erlebe das in dieser Familie so, dass sie vielleicht nicht die beste Option gewählt haben, die ich jetzt sehen würde. Und da kann ich ja auch eine Meinung zu haben, finde ich völlig okay. Aber was ich schwierig finde, und ich sage nochmal, ich fasse mich da auch selber an die eigene Nase, ist diese Idee, dass wir generell versuchen, über Eltern Aussagen zu machen. Und das macht das Verständnis so schwierig und das macht es auch so schwierig, diese individuellen Wege zu würdigen. Denn nichts ist perfekt, niemand ist perfekt, niemand hat die perfekte Lösung für alle, die total für immer ganz toll ist. Ja, glaube ich nicht, habe ich noch nie getroffen. Noch nie. Irgendein Pferdefuß ist immer dran. Ja, wenn du dich entschließt, dass du irgendwie in einer schicken Stadt leben willst, in der du gerne bist, in der deine ganzen Freunde sind, aber in der die Mieten total hoch sind, musst du halt irgendwie arbeiten. Relativ viel arbeiten. Selbst wenn du es schaffst, irgendwie, weiß ich nicht, online und irgendwie nebenbei, irgendwas musst du halt machen, damit du diese Miete bezahlen kannst. Wenn du dich entschließt, nicht arbeiten zu wollen, musst du mit weniger Geld klarkommen. Das kann man schon ganz generell so sagen. Es gibt natürlich viele Wege außenrum und es gibt auch viele Menschen, die da inspirierende Ideen zu haben. Das finde ich auch ganz richtig. Und trotzdem sind das einfach reale Konsequenzen. Und deswegen, glaube ich, können und sollten wir aufhören, generelle Aussagen über Menschen zu generellen Handlungsanweisungen zu erheben. Und das ist gerade so mein, das beschäftigt mich heute. Das ist mein Gedanke von heute. So, jetzt ist mein Hundespaziergang gleich schon wieder vorbei. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bis dahin. Okay. Vielen Dank.